Hallo und herzlich willkommen bei Hearthstone. Heute ist Mittwoch, vielleicht wenn ihr seht, ist es schon Donnerstag und es gibt eine Runde Kartenchaos, was wir auch spielen wollen, denn es passt wunderbar Valeras Zauberklau. So, Valera hat Zauber aller Klassen gestohlen und euer Deck damit gespickt. Jeder dieser Zauber ruft beim Ausspielen an den zufälligen Diener mit den gleichen Kosten herbei. Ja, und das klingt auf jeden Fall nach ein paar spannenden oder vor allem spaßigen Matches und ich bin auch schon sehr gespannt auf morgen, wenn die neue Erweiterung schon rauskommt oder wenn ihr das Video seht, werde ich vermutlich bereits die Erweiterung aufnehmen, habe da schon auch ein paar lustige Deckideen. Seid auf der Hut, das müsst ihr mir nicht sagen. Ja, ja. Ja, was wollen wir denn für einen Zauber machen? Hat sich irgendwas, was beschwört? Also nochmal, wir haben verschiedenste Zauber, das ist ganz witzig. Tokweges Plan. Kann man erstmal so drauf haben. Vielleicht kommt ja irgendwas ganz cooles. Mit Schatten des Todes. Ah ja. Dann könnte ich coinen. Alles klar. Nichts da. Die Freude ist meinerseits. Die Stimme ist eine andere, oder? Entschuldigung. So, was machen wir hier jetzt? Sieht Karten, Fünf hat er? Mhm. Ich würde sagen, ich redde auch mal an. Los geht's. Und fertig, genau. Tja, jetzt ist die Frage, was spielt man da so aus? Einen Dämon. Wenn ich einen Dämon habe, kann ich das auch spielen. Aber ich hätte gerne irgendwas gehabt, was ich mal so spielen kann. Dämon. 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 Einmischen. Wenn wir einen Piraten erhoffen. So, jetzt kann er sich ja schon mal was überlegen. Jetzt spielt er was. Vielleicht war es nicht so klug. Aber ich kann den Eingriff verdoppeln. Dann haben wir 4, 5. Das ist doch auch Mist. Oder ich kann mich heilen. Auf der 5. Ist das Schiff denn selbstverständlich? Es ist ein Mech. Es ist kein Pirat. Oh, und er greift es an. Dann würde ich sagen, mutieren wir den Spaß mal. Und, oh, es wird alles teurer. Das ist nicht so cool. Ich mach mir einen Zorn. Wenn er nichts hat. Haben wir irgendwas mit mehr Zauberschaden? Nö. Ich sehe schon, es wird noch ein interessantes Match. Und, ja. Deck der Wunder. Das passt da super. Nö. Und hier muss man es auswählen, oder? Schlüpft, also nix. Toll. Toll. Das wollen wir nicht spielen. Auch nicht. Also, es ist sehr zufällig, was hier passiert. Ich frage mich, ob... Ja, ich weiß, ganz schön tiefgründig, diese Erkenntnis. Aber, muss man auch erstmal drauf kommen. Er macht es aber weg. Wagenlich Traum, Schlüssel. So, ich könnte mich jetzt heilen. Und zwar wieder voll. Ich würde zwei Sechser-Diener kriegen. Wurde ich sagen. Ist eine gute Sache. Hey, sucht ihr noch Karten? Mhm. Ich denke, der ist kein DEMO. No. Ich könnte den Angriff aber verdoppeln. Was... ganz gut wäre. Der hat aber auch noch Removal, ne? Also, der kann ganz schön was hier vom Feld holen. Heute muss ich keine Prinzessin sein. Sechs Vierer. Tja. Wollte ich eigentlich nicht verhexern und rausspielen wollen, weil... Okay. Weil es ja... Nicht so viel Leben ist. So, dann lieber sowas. Oh. Das war nicht so optimal. Ja, dann machen wir den mal noch weg. Ich kann hier zumindest, wenn der... Die haben vier Vierer, dann acht Schaden raushauen. Hm. Aber lohnt sich das schon für acht eigentlich nicht. Eigentlich wäre es schöner, so ein... Auch so ein sechster DEMO zu haben. Da hat man zwölf. Hm. Hm. Den könnte ich mir eigentlich auch gut reinmischen. So ein Todesröchel-DEMO. So ein Todesröchel-DEMO. Das machen wir vielleicht auch gleich. Hm. Niemand stiehlt unsere Geheimnisse. Okay, jetzt kann ich nicht mal... Das tut weh. Ähm. Die Kröte wollen wir nicht haben wollen. So viele Möglichkeiten. Ja, viele, viele Möglichkeiten. Eine Kröte. Macht das so viel Sinn? Also erst mal mal ein Korn. So, dann... Können wir... Nicht was reinmischen. Ne, es macht keinen Sinn. Könnte eine Kröte machen. Um Schaden wegzukriegen. Oh, das finde ich gut. Dann machen wir noch den hier. Und dann machen wir noch den hier. Ich muss mich bald entscheiden. Breiten wir uns aus. Ich hab's eilig. Nieder mit ihnen. Nieder mit ihnen. Haben wir selber viel Schaden. Und der macht... Zufälligen Diener. Also bräuchte ich einen Diener auf der Hand. Die verwandelt sich immer, oder? Oh. Ah, und der schläft. Der inaktive Diener. Der inaktive Diener. Der wurde auf jeden Fall nicht mit berücksichtigt. Ah, okay. Okay, okay, okay. Was spielen wir denn da jetzt? Was spielen wir da? Ich werde euer Untergang sein. Und so. Der zeigt mich noch nicht so richtig. Übermacht hat er noch. 10 Mana für Diener. Ich kann mich auf jeden Fall hochheilen. Ähm, ja. Macht das den Dien zu beschwören? Ne. Also, würde ich sagen... Lichtgeschmiedeter Segen, um nochmal ein bisschen wieder Eigenheilung zu haben. Auf den. Und dann machen wir den noch. Toppen das Ganze. Ja. Dann... Kann ich eigentlich so lassen? Das ist gar nicht so... Habe ich mir auch anders vorgestellt. Dass es eher schneller kippt. Dass irgendwer so einen super Zauber zieht und... Ach, und wenn man keinen eigenen Diener hat, dann beschwert er den gleich. Alles klar. Ein 6, 9er könnte man so reinmischen, würde ich sagen. Ich will es noch nicht die Welt, aber kann man mal machen. Ah, ja. Dann würde ich eher den reinmischen. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn wir mehrere haben, aber... So finde ich das. Wechselt mich ein, Mann! Ich bin dran! Ja. Okay. Hm. 5, 9. Kommen wir gut auf 9. 5, 5 sind 10. Wie kommen wir auf 9? 9, 4, 5, 9. 9, 8. Für die Sande! Ähm... So. Ja, dann spielen wir noch den aus. Ein echter Stinker! Das hätte ich auch noch spielen können. Schattenflamme. Ja. So viele Möglichkeiten. Meine Spinnensinne gehören nicht! Ein Schuss, drei Treffer. Okay, zwei Malerkristalle. Ein Schatz für euer Leben. Das sind plus zwei Zauber-Schaden. Hm, 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 hm. Also ich würde sagen, das ist schon mal klar. Ich würde aus Wachs wieder geboren. Nenn ihr einen Diener, der eins kostet. Hm. Dich ein Vernichten. Er verfügt allen feindlichen Dienern, der seinem Angriff entspricht. Machen wir das. Er hält jedes Mal, wenn ihr diesen Diener als Ziel eines Zaubers wählt. Okay. Es sind halt einen Haufen, Diener und Zauber und so, ja. Da muss man ganz schön überlegen. Okay. Okay. Das hier ist mein Revier. Hm. So. So. Ei, 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 ei. Ich weiß noch nicht, ob das gut ist, aber da ist Totem und... Ja, das Totem will ich mir auch nicht reinmischen. Auch interessant. Noch mal Trianten, aber er hat nichts mit Schutz und dann war es das auch für ihn. Ja. Das war ganz witzig. Ich würde sagen, wir spielen einfach noch eine Runde, auch wenn wir schon gewonnen haben. Einfach zu sehen, was es da noch so gibt, was es vielleicht für interessante Situationen sich so ergeben kann. Valera gegen Valera. Seid auf der Hut. Das müsst ihr mir nicht sagen. Waffenprojekt. Schamitze, Flammenstoß, erstmal noch nicht. Kriege ich vielleicht später noch. Ein bisschen Karten ziehen wir noch gut. Und Feuerweize, sehr schön. Feuerweize, sehr interessant. Allendehner, und wenn sie überwältigen, kriegen wir noch einen Magierzauber. Und du? Okay. Das mit dem Lakai finde ich nicht so cool. Aber wenn dieser Murloc bleibt und dann noch ein Lakai den macht er weg wahrscheinlich mit seiner Waffe und dann den macht er nicht weg. Okay, ich könnte wichtig spielen. Die Nachfrage schießt durch die Decke. Ja, aber der ist so spät. Das brauche ich jetzt nicht. Das passt mir eigentlich viel eher. So. Das finde ich jetzt eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir nur noch, wir können diesen Teufelskreis spielen, dann Feuerweize und dann einen Haufen Magierzauber auf der Hand haben. Hört ihr seinen Ruf? Er hat ja nichts zu tun im Deck. Eigentlich ist es ja nicht so wild. Würde ich sagen. Das ist nicht schlecht. Fünf, vier und ein Bild hier. Die Waffe behalte ich mal noch. Geben wir unserem Bären die Sporen. Oh, das ist stark. Das nicht. Das ist ganz schön viel Schaden. Das ist ganz schön viel Schaden. Ich könnte die auf eins runterbringen. Drei da rein. Dann machen wir es so, ja. Los geht's. So. 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 Das ist ja nicht ganz so viel Zauber. Aber immerhin. Oh. Ernsthaft. Mann, 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 Mann. Das habe ich bekommen. Suchen wir uns Streit. Oh, interessant. Zwei Karten ziehen. Zwei Karten ziehen. Zwei Karten ziehen. Machen wir mal. Eifer und überwältigen. Karten ziehen. Ja, das interessiert. Vier Schaden. Das ist wirklich das ungünstigste für uns. Flammenstoß. Das ist ganz schön teuer, Flammenstoß. Vier Schaden. Oh, interessant. Den auf 10, 10 setzen, wäre auch gut. Willkommen. Du bereits, Flischhabernack. Aua, 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 aua. Flammenstoß ist, denke ich, die richtige Wahl jetzt. Ihr braucht meine Helden. Ja. Das ist ja mal sehr gut. Gucken wir mal, was er hat, um ihn wegzumachen. Steht auf, meine Helden. Okay, wir spielen aus. Passiert nix. Dann... Rüstung ist... So viele Möglichkeiten. Ich würde auch nicht sechs Schaden kassieren, eigentlich. Die Erde regt sich und königreiche Falle. Giftig. Oder plus drei Angriff. Und hier plus drei Angriff. In den Kampf. Los geht's. Okay, da hat er ja nix weiter am Deck. Und hier plus drei Angriff. Okay. Los geht's. Jetzt kommt er. Eis bei ihr, aber okay. So, und fünf Rüstung. Lerne. Oh, wächst alles nach. Der Bild vor der Erde. Okay. Irgendwie, ich denke ganz schön viel nach. Obwohl das so ein simpler Modus ist, aber ich habe auch irgendwie Lust zu gewinnen. Ich bin noch nicht so der Hellste. Aber es sind halt viele Möglichkeiten, die man so hat. Aha. Ein raffinierter Cocktail. Wenn ich Dino-Gausser spiele, dann hat er das doch sofort, oder? Und es passt, weil er sechs Schaden macht. Ich könnte auch den Feuerball machen, der sieben Schaden macht. Hm. Hm. Sehr schön. Dino mit Sport. Dann würde ich sagen, greifen wir da mit. Los geht's. An. Machen den hier. Machen den hier weg. Lernen. Hier. Leg dir an. So. So, die kann sich ja wieder heilen. Oh, oh. Ah, der geht eigentlich noch. Ach, ah. Kann Sport kriegen. So, das sieht aber gut aus. Ich sehe nämlich acht Schaden. Und dann... zack. Wer hat mich zu weit gebracht? Okay. Ja. Da gibt's nochmal ordentlich Gold. Können doch gucken, was in der Basispackung drin war. Wir haben für morgen schon zwei Packungen und dann werden noch mehr gekauft. Hier können wir morgen ein kleines Pack öffnen, machen. Packung öffnen. Pack Opening. Und, ähm, ja. Wir haben erzählt eine Karte hier. Die hat man letztens schon die winzige Uschwörerin bekommen. Kann auch gleich mal gucken, wie viel ich so Entzauberungsmaterial habe. Mit dem ich mir eine bestimmte Lehre in der Karte machen. 735. Da fehlt leider noch ein bisschen was. Na, da müssen wir dann mal schauen. Vielleicht haben wir ja trotzdem Glück. Mal schauen, wie wir das mit dem Staub schaffen. Gut. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr wisst jetzt, Kartenchaos mit Valera ist sehr möglich, da zu gewinnen. Muss ich ein bisschen konzentrieren. Und tut mir leid, falls ich nicht so viel erzählt habe. Aber, ja, wenn's euch trotzdem gefallen hat, lasst doch ein Like da und abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Bis dahin, euer Neurosud.